Dein Arbeitsplatz, der Platz, also das ist ein zusammengesetztes Wort, der Platz, die Arbeit, die Arbeit und der Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz. Das ist dein Tisch. Das ist dein Tisch. Das ist dein Laptop. Das ist dein Stuhl. Wenn du etwas jemandem vorstellst, verwendest du das ist. Das ist mein Auto. Das ist mein Heft. Das ist mein Laptop und so weiter. Also du kannst immer diese zwei Wörter verwenden. Das ist das ist. Das ist mein Laptop und so weiter. Das ist das ist mein Laptop und so weiter. Das ist mein Laptop und so weiter.